Ja, und so schnell wie wir gegangen sind, sind wir auch wieder da. Willkommen im nächsten Teil. Wir könnten jetzt... Da werde ich nichts weiter... Nein. Also jetzt gehen wir ins nächste Abteil. 15 waren wir, also 14. Was haben wir hier? Eine Hutschachtel. Da ist nichts weiter zu sehen. Da werde ich... Okay. Da liegt ihr Pass und da liegt noch was. Was ist das? Ja. Fürstin... Nathalie... Oh, oh. Du kannst vermutlich verhören. Das ist der korrekte Begriff dafür, glaube ich. Wenn ich das darf? Aber selbstverständlich. Ich bin ebenso verdächtig wie alle anderen im Kurswagen-Calais. Sie können mich schonungslos ins Verhör nehmen. Oh, oh, oh. Na, die ist ja schön breitwillig. Na, okay. Legen wir mal los. Ich habe mir Ihren Pass ausgeliehen, durchlaucht. Das habe ich schon bemerkt. Nathalia Dragomirov, die Sette avenue Clébert Paris. Sie kehren von Istanbul nach Hause zurück, Madame. Ja, ich habe in der österreichischen Botschaft residiert. Meine Zofe begleitet mich, wie Sie schon auf dem Markt gesehen haben. Könnten Sie mir in Kürze sagen, was Sie gestern Abend gemacht haben? Nichts einfacher als das. Nach dem Essen hat mir Schmidt meine Zofe vorgelesen. Wir wurden unterbrochen, als der Zug plötzlich wegen der Lawine bremsen musste. Dann hat sie mir weiter vorgelesen, bis es schon recht spät war. Können Sie mir sagen, wie spät ungefähr? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, halb zwei. Ist Ihre Zofe schon lange in Ihren Diensten? 15 Jahre. Ist sie Ihrer Ansicht nach vertrauenswürdig? Ganz und gar. Ihre Familie stammt von einem Gut meines verstorbenen Mannes in Deutschland. Verzeihen Sie mir die persönliche Frage, Madame, aber welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Mein Morgenmantel? Er ist aus blauem Satin. Ich nehme an, Sie waren schon einmal in Amerika, Madame. Schon oft. Waren Sie mit einer Familie Armstrong bekannt? Sie sprechen von Menschen, die meine Freunde waren, Mademoiselle. Sonja Armstrong war mein Patenkind. Ich stand in freundschaftlicher Beziehung zu ihrer Mutter. Linda Arden war eine der großartigsten Tragödinnen der Welt. In der Rolle der Lady Macbeth oder auch als Nora in Nora oder ein Puppenhaus war sie unvergleichlich. Ich habe nicht nur ihre Kunst bewundert, wir waren auch persönlich befreundet. Ist Linda Arden tot? Nein, nein, sie lebt noch, aber ganz zurückgezogen. Sie ist von zarter Gesundheit und liegt die meiste Zeit auf ihrem Sofa. Mrs. Armstrong hatte eine Schwester, nicht wahr? Ja, wesentlich jünger als Mrs. Armstrong. Und lebt sie noch? Gewiss. Wo lebt sie? Ich muss mich nach dem Grund für Ihre Fragen erkundigen. Was haben Sie mit dem Mord in diesem Zug zu tun? Der Tote war für die Entführung und den Tod von Mrs. Armstrongs Kind verantwortlich. Ah, dann ist dieser Mord ein überaus erfreuliches Ereignis. Verzeihen Sie meinen etwas einseitigen Standpunkt. Er ist nur verständlich, Madame. Wo lebt die jüngere Tochter von Linda Arden, die Schwester von Mrs. Armstrong? Ich habe die jüngere Generation aus den Augen verloren. Ich glaube, sie hat vor einigen Jahren einen Engländer geheiratet, aber im Augenblick fällt mir der Name nicht ein. Mademoiselle, verzeihen Sie. Aber der Mann, dem Sie helfen, der die Ermittlung leitet, bisher hat mir niemand seinen Namen gesagt. Er heißt Hercule Poirot, Madame. Poirot, aber natürlich. Er kam mir doch gleich so bekannt vor. Poirot in diesem Zug. Das ist Vorsehung. Was hast du denn jetzt? Oh wei. Na ja, okay. Will sie wohl nicht mal mit mir reden, aber ich gucke nochmal in ihren Schrank. Nichts zu sehen. Ja, da auch nicht. Ich sehe nicht. Gut, dann können wir das hier denke ich mal auch abhaken und wieder hinausgehen. Da oben hat sie gesagt, will sie nix, da hat sie auch nix. Also ins nächste Abteil. Ach, der Graf, okay. Dann haben wir hier. Schade. Okay, da waren wir schon. Da hat er dann keinen Pass. Was hat er hier am Schrank? Ich sehe nichts und nichts zu sehen. Hm, schade. Das auch nicht. Aber ich erinnere mich gerade dran. Ich sollte vielleicht auch mal dieses... Hä? Jetzt bin ich direkt da, oder was? Hier ist nichts zu finden. Okay. Was ist da mal dran? H-M-K. Das ist doch dasselbe wie auf der Serviette. Es ist nichts weiter. Ich habe es. Okay. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Tja, aber auch hier bekomme ich keine Pässe. Ich wollte eigentlich dieses Zwischenzimmer mal schauen und im Unterschrank gucken, weil, äh, da ist mir ja eben schon diese Zange durch die Lappen gegangen. Da habe ich jetzt keine Lust gehabt. Ja, Graf. Ah, Andrei. Okay, die beiden sind das. Na gut, okay. Dann haben wir... Ratchet? Nein. Hubbard. Hallo, Mrs. Hubbard. Sind Sie da? Ja, Sie sind da. Na, das wurde aber auch Zeit, muss ich schon sagen. Bitte? Boah, ist sie eingebildet. Boah, ist sie eingebildet. Darf ich bitte Ihren Pass haben? Darf ich bitte Ihren Pass haben? Meinen Pass? Was wollen Sie denn damit? Ich bin nicht die Mörderin, sondern die Zeugin. Was ist bloß los mit den Leuten in diesem Land? Wir befinden uns in Jugoslawien, Madame. Ich bin Französin. Habe ich doch gesagt. Ihren Pass. Danke. Sie sind Caroline Martha Hubbard. Aus Great Neck, Long Island. Richtig? Das steht doch da, oder nicht? Allerdings. Sie reisen nach Paris zu Ihrer Tochter? Ja, und übermorgen soll ich mit dem Schiff nach Hause. Aber wie ich das schaffen soll, wenn ich hier festsitze, weiß ich auch nicht. Tja, das werden wir dann sehen. Haben Sie irgendwelche Geräusche in Monsieur Ratchets Abteil gehört? Nun ja, etwas eher am Abend hatte ich diese schwedische Dame, Mrs. Olsen, um ein Mittel gegen meine Kopfschmerzen gebeten. Sie ist Krankenschwester, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das arme Ding. Auf der Suche nach meinem Abteil hat sie versehentlich die Tür zum Abteil von Mr. Ratchet geöffnet. Er hat gelacht und ihr etwas Uncharmantes gesagt. Aber ich habe nicht genau verstanden, was. Darauf sagte sie, oh, ich mache Fehler. Ich schäme mich für Fehler. Dann hat er wieder gelacht und gesagt, sie sei ihm zu alt. Also sowas. Mein verstorbener Gatte und ich haben bis zu seinem Ende das Eheglück genossen. Sonst noch etwas? Danach hörte ich nur Schnarchen. Klang wie der Motor eines startenden Flugzeuges. Ach du liebe Zeit. Welche Farbe hat Ihr Morgenmantel? Was für eine komische Frage. Ich besitze zwei Morgenmantel, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Einen aus rosa Baumwolle, der sehr bequem ist für die Überfahrt. Und einen lila Seidenfummel, den mir mein verstorbener Gatte Mr. Hubbard geschenkt hat. Aber warum in aller Welt wollen Sie das wissen? Jemand in einem roten Morgenmantel wurde beobachtet, wie er entweder aus Ihrem oder aus Monsieur Ratched's Abteil trat. Es ist manchmal etwas schwierig, die Türen auseinander zu halten, wenn alle zu sind. Also meine war es nicht. Dann muss es Monsieur Ratched's gewesen sein. Das überrascht mich kein bisschen. Ich meine auch, eine Stimme da drin gehört zu haben. Der rote Kimono. War es eine Frauenstimme, die aus Monsieur Ratched's Abteil drang? Ich glaube ja. Haben Sie verstanden, was gesagt wurde? Naja, ich habe natürlich nicht mit einem Glas an der Verbindungstür gelauscht. Wofür halten Sie mich denn? War das eine Anspielung? Wann haben Sie diese Stimme gehört? Keine Ahnung. Irgendwann, nachdem das Schnarchen aufgehört hatte. War es bevor oder nachdem der Zug zum Stehen kam? Danach. Nachdem der Mann in meinem Abteil war, nachdem Sie mich immer noch nicht gefragt haben. Ich bin aufgewacht, habe die Stimme gehört und das war es auch schon. Erzählen Sie mir von dem Mann in Ihrem Abteil. Na endlich. Nichts gegen Sie, Süße, aber Ihr Ausländer macht fast alles rückwärts. Der Mann. Also, ich lag im Bett. Warte auf. Es war dunkel. Und ich spürte... Und ich wusste, dass da ein Mann war. In Ihrem Bett? In meinem... Was fällt Ihnen ein? Nein, in meinem Abteil. Vor lauter Angst konnte ich gar nicht aufschreien. Ich lag einfach nur da und dachte... Oh mein Gott. Ich werde von irgendeinem Ausländer umgebracht. Diese scheußlichen Züge. Ich lag einfach nur mit geschlossenen Augen da und dachte an Amerika. Irgendwie kam ich wieder zur Besinnung und tastete nach... Ja? Nach der Klingel. Ich drückte und drückte, aber niemand kam. Ich dachte, oh mein Gott. Wenn Sie schon alle im Zug umgebracht haben... Ich klingelte immer weiter und endlich hörte ich Schritte auf dem Gang. Ich warf meinen Morgenmantel über. Den rosafarbenen. Ich rief herein, knipse das Licht an und stellen Sie sich vor, es war niemand da. Na sowas. Öffnete Pierre die Tür und trat ein? Ja, solange wie er gebraucht hat, muss er mit dem Hundeschleppen gekommen sein. Er glaubte offenbar, ich hätte das alles nur geträumt. Ich sage Ihnen ein für allemal, ich hab's mir nicht eingebildet. Hat Pierre Ihr Abteil durchsucht? Ja, sogar unter dem Stuhl, obwohl er behauptete, darunter sei kein Platz, um sich zu verstecken. Ich bat ihn, die Verbindungstür zu überprüfen. Was für ein Stuhl? War sie verriegelt? Nein, aber ich weiß, dass sie es zuvor gewesen ist, weil ich die schwedische Dame gebeten habe, es zu überprüfen, als sie mir das Kopfschmerzmittel brachte. Ging eine der beiden Türen auf oder zu, bevor Pierre kam? Süße, ich hatte die Augen so fest zusammengekniffen, ich konnte gar nichts sehen. Und bei all dem Geklingel hätte der Eindringling ein Loch in die Wand sprengen können. Ich hätte es nicht gehört. Erinnern Sie sich an den Entführungsfall Armstrong? Und wie, wie dieser Schuft so einfach ungeschoren davonkommen konnte, werde ich nie begreifen. Ich hätte ihn am liebsten selbst in die Finger gekriegt. Das hätten Sie gekonnt, Madame, als die Verbindungstür entriegelt wurde. Wollen Sie etwa damit sagen, Wretched war es? Ja, sein richtiger Name war Cassetti. Na sowas, wenn ich das meiner Tochter erzähle. Kannten Sie die Familie Armstrong? Na ja, sie kamen zwar aus New York, aber nein, sie verkehrten nur in höheren Kreisen. Doch Mrs. Armstrong soll eine wunderbare Frau gewesen sein und ihr Mann ein liebevoller Kerl. Es war alles furchtbar traurig. Ich würde gern den Griff der Verbindungstür nach Fingerabdrücken absuchen. Na, Sie sind vielleicht einfallsreich. Nur zu süße. Suchen Sie das ganze Abteil ab. Ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Mach das. Mrs. Hubbard, warten Sie. Sie haben das hier fallen lassen. Das gehört mir nicht. Ich dachte, da es die initiale H trägt. Ich habe meins hier. Sehen Sie, darauf steht CMH. Und es ist aus handfestem Tuch. Nicht so ein zartes Pariser Batiste-Zeug. Was nützt einem ein Taschentuch, in das man sich nicht schneuzen kann? Tja, jetzt betet sie. Wie geil, wie herrlich. Da ist nichts weiter zu sehen. Ich sehe nichts. Gut. Da können wir so ordentliches machen. So, Freunde. Ich würde sagen, das war es für heute gewesen. Ich habe heute wieder eine Menge aufnehmen können. Es geht dann, würde ich sagen, morgen weiter. Denn ich nutze jetzt die restliche Zeit, bis ich ins Bett gehe, um die ganzen Videos zu bearbeiten und hochzuladen. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Dann geht es weiter mit Mord am Orient Express und Zack McCruggen 2. Okay, alles ist klar. Dann bis dahin. NRW bei 18. Adieu.